Hallo liebe Personalshop-Kunden, da spricht wieder Ihre Michi aus der Filiale rum. 25 Jahre Personalshop und wir haben wieder ein Top-Produkt zum Präsentieren. Und zwar die Marke Geox. Geox ist vielen von Ihnen zu Hause vielleicht ein Begriff, aber einige kennen es vielleicht noch nicht. Und deswegen präsentiere ich Ihnen heute dieses Modell. Einmal in der Schnürvariante und einmal in der Schlüpferversion. Was ist das Besondere an Geox? Geox hat eine perforierte Sohle. Das heißt, diese kleinen Perforierungen, also Löcher, dienen dazu, dass wenn ich lang im Schuh drinnen bin, die warme Luft nach außen transportiert werden kann. Das ist gerade für Leute, die den ganzen Tag arbeiten müssen oder viel im Schuh drinnen sind, ganz optimal. Und zusätzlich aber, wenn ich jetzt bei Regenwetter hinausgehe, lasst diese kleine Perforierung den dicken Regentropfen nicht durch. Das heißt, ich werde nicht nass. Es gibt ihn in der Schnürversion und es gibt ihn in der Schlüpferversion. Das ist ganz individuell. Der Vorteil jetzt bei beiden Modellen ist, dass ich da links und rechts einen Gummizug habe. Ich hoffe, Sie sehen das wieder zu Hause. Da sieht man es ein bisschen besser, gerade beim Schlüpfer, wenn ich einen hohen Rist habe, dass ich leichter hineinkomme, ohne dass mir der Schuh jetzt drückt. Was vielleicht auch noch interessant ist, beide Modelle haben die Weite G. Das heißt, G ist eine Fussweite, die eigentlich im Normalbereich ist, aber trotzdem, wenn ich jetzt ein bisschen einen breiten Fuss habe, mich immer noch wohlfühlen kann. Dieses Modell ist genauso im sportlichen Bereich. Ich kann es aber ohne weiteres auch im Businessbereich tragen, gerade im Bankwesen etc. Sie wissen es eh. Und wie gesagt, 75 Euro, unglaublich für die Marke Georgs, nur beim Personalshop. Sollten Sie wieder irgendeine Frage haben, melden Sie einen bitte. Danke und auf Wiederschauen. Vielen Dank.